Nichts funktioniert heute. Wo soll ich hinkommen? Ein Sprit ist voll. Hast du die Fische geendet? Ja. Ja, ja, ja. So, hier. Der ganze Fels, gelbe Zucchini. Ja, gelbe Zucchini! Oh. Ah, ich glaube nicht mehr, oder? Wie viel haben wir davon noch? Na gut, doch. Einmal könnte ich hier noch das Feld wegmachen. Oh, okay, ist klar. Keiner wird in Frage, mein Lord. Ja, bitte. Ah ja, passt. Hm. Du unterlässt eine Spur von Zucchini. Mann, ey. Die Bäume, die sind aber auch scheiße teuer, ey. Ja. Überleg sind die ja gleich fertig. Ja, tatsächlich. Die Spur der Verwiesung, die du ja gemacht hast. Das ist... Tö-tö-tö. Okay, die sind schon... Zehn. Ja, ne Minute brauchen die noch. Ja, das ist so gut. So, mach ich hier hin. So. Oh, die ersten sind sogar schon fertig hier alle. Das trifft sich gut. Soll ich ernten und neu anpflanzen? Ja. Ah, gelbe Zucchini kann ich grad... Oh, kann ich noch? Ne, geht grad nicht. Dann würde ich Kartoffeln nehmen, ne? Ist doch noch Sommer oder nicht? Ich kann, ne, ich kann gelbe Zucchini, kann ich aber... Ach, ne! Ah, die sind noch ausgegraut. Dann muss ich die erstmal hier nehmen. Ja, weil... Kein Geld dafür, ne? Ja, ja, genau. Okay, doch, jetzt hier sind sie. Ist der beschissen? Ich hab buchstablich mehr Diamanten als ich mir leisten kann. Kannst du mal ein paar von gegen Münzen austauschen? Wow. 14.000 für 72.000. Da hat er doch einen Arsch auf meiner, doch. Hat er doch gelitten, hat er doch. Ach so, wirklich. Ach, wir auch Geld haben, ne? Wir brauchen noch einen Weizen. Tja. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Scheiße. Haben wir nicht. Jetzt zweit hier solche Medaillen gegeben. Toll, Dave. Toll. Ja, nun, sorry. Das hast du ja wieder ganz toll eingefädelt. Ja, komm. Ich bau doch gleich dein... Audio-Studio da wieder um. Hä? Wo ist denn der... Gab's hier nicht... Nee. Bist blöd? Was denn? Gab's hier nicht einen... Gab's hier nicht einen... Gab's hier nicht einen Tank? Ja, den hab ich aber, äh... Verlegt. Warum? Also, wohin? Nach vorn. Ach so. Hab ich gar nicht mitgekriegt. Ja, ja, hinten ist da eh nix. Naja, ich hätte ihn jetzt gebraucht. Ja, nun, da ist es doof gelaufen. Ja. Da ist nun auch nix dafür jetzt. Nee, da kannst du nix für. Lebe mit diesem Schicksal. Ja, okay. Dankeschön. Hä? Ja. 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 Aber mehr und zurück. Mehr und zurück. Back, back and forth and forth. Back, back and forth and forth. So. Guck mal. War das denn nicht von Pock and Bounce, oder was war das? Nee, das war, äh, Wutern-Clan. Oh. Gravel Pit. Scheiße. Hm. 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 29 Dollar. Naja. Wow. Ja. Da machst du nix, machst du da. Dann machst du echt nix. Hm. Eigentlich die Bäume schon wieder irgendwas? War da nicht sowas? Ja, bestimmt. Ja, siehst du, da gibt's nämlich die nächste Quest wieder, die hier. Ja, siehst du, dann räum mal ab da den Kram. Siehst du? Zehn Stück. Ja, perfekt. Ja, Affelbaum und, äh, Schweine, ne? Das nochmal auch. Perfekt. So. Die ist ja der nächste Quest fertig. 14 Stück. Boah, jetzt geht's nochmal los hier. Ja, hör, hör hör auf her. Jawoll. Dann fährt sich auch mal kurz abgeräumt. Ja, an und für sich ist das ja gar nicht schlecht, ne? Äh, 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 äh. Den hast du immer geklaut. Echt habe ich das? Den hast du immer geklaut, ja. Hm. Naja, vielleicht fand ich den mal gut. Wahrscheinlich. Guck an. Es köchelt, es brodelt. Guck dir den an. Nice. Ähm. Komm mal kurz her. Ja, ich geh mal kurz hin. Und dann lies mir bitte vor, was da unten steht. Also auffüllen. Wo zum Teufel hast du jetzt die fast 100 her? What the fuck? Haben wir so viel? Wir hatten viele tatsächlich, glaube ich, ja. Jetzt haben wir wieder 20. Ach nee. Wir brauchen noch 20. Wir haben jetzt noch 18. Es ist wild. Ja. Hatten wir doch. Ach so, ist das egal? Weil entweder Birne oder Apfel. Weil unten ist ja nur Apfel. Äh, nur Birne. Abgebildet. Ja, Bene 5 und der Apfel. Ach so, ja, stimmt. Und anders mal im Lade halt. So, ist dann also egal, was dann reinkommt. Hauptsache, das Ding wird voll irgendwie. Ja, anscheinend. Okay. Hm. Bist du hier? Hm, geil. Ge-ge-ge-geil. Ge-ge-ge-geil. So. Wo ist mein Bild? Hier, lass doch mal ein Bild mal. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Was denn? Ja, nö, da mal ich doch einfach mal hier so ein... Ja. Mal eine andere, äh, Blume. Oh. Loy. cool noch nicht so ist mit diamanten ja da kriege ich einen song oder was genau das braucht es doch ist doch perfekt scheiß haus oh nein kann ich dann machen schade ach schade schade marmelade wo hier will ich das nicht machen aber ich will hier hier vielleicht oder hier was denn oder ja macht was her ja das ist auch so eine teure geschichte hier karottenkuchen 2500 kostet ja ja bei unserem geld für eine 3 in der mitte den installieren ja echt mist game mist game ich zeig gar nicht an dass ich hier das wasser das dingens die dinge die dinge begieße so wir haben ja noch vier solche medaillen ja sagen zwei sprengler ja ja genau 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 ja dann müssen wir echt alle felder machen glaube ich ja es geht halt nur wenn wir dann halt auch dass das gerade haben ja ja genau genau darauf vormengen ich habe dann geht das mal richtig los für und das wäre schon jod also richtig ja gar nicht also wir haben aber auch nichts angepflanzt was irgendwie schnell gehen könnte weil doch sechs minuten aubertsin der herr ist so richtig wenn ich jetzt einfach noch mal drüber flügen zwei minuten na guck mal na bitte können wir eigentlich schon ein neues gebiet kaufen oh das ist eine gute frage ich gehe mal kurz an den rand hier kaufen für 1260 diamanten so jammer könnte man richtig frage ist welches frage ist welches eines das gut für uns aussieht ich mache mal hier eine straße fertig ja hier ist so viel gebirge das will ich nicht hier ist viel auf plateau und so ne brauchst du nicht noch einen weizen kram für eine quest oder weiß ach so das ist meist ja gut ok das ist ein scheiß ich brauche mais oh gott das ja das kaufe ich das hier vielleicht das ist eben das ist sehr ja doch fast eben oder ja gut ja gut diese boole aber hier können wir zum beispiel schon mal anfangen größeres fältchen zu bauen ja richtig genau das können dann bitte da sehe ich mich gekauft zidronen scheiße weg damit da würde ich sagen dass sich hier morgen ja sowieso immer noch mehr erfahrungspunkte ja ach ja genau ja und dann kannst du hier dann nebenan schon direkt anfangen ja ja stimmt es geht ja ja das geht bisschen schneller ja ich könnte auch so fahren tatsächlich ja so ich würde aber die straße hier weg machen das können wir mit dem kurs aus felten aber auf den feld würde ich schon sagen dass man da nur aus schnelles bauen oder also ja ja so was wie kartoffeln und salat oder irgendwie sowas ja genau und wie so weit was halt schnell wächst was man auch schnell mal ernten kann ja weil klein viel ist im grunde auch misst das stimmt da haben wir zumindest bisschen kohle ja richtig so ja guck mal korden kommen jetzt auch schon langsam so die fische noch mal drin lassen bis die ernte bis die fertig sind wie auch wenn ich sagen oder 23 minuten brauchen die noch dann hau weg ja ja hau weg den lachs also ja ja im wahrsten sinne ja 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 So So, okay 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ja, ne, muss er hier eine Richtigkeit haben Das ist richtig Perfekt Ja, das ist perfekt Genauso So, das ist ja Ne, weiß Bescheid Riesenfeld Hier muss auf jeden Fall ein Tank hin Ja Da muss ein Tank hin Oh, Aubergine ist voll Sehe ich gerade Ja, da kann ich dann gleich Na gut, da kann ich gleich Ja, ja So Zurück Dann Hier sind ja Ja, genau Ach, das war ja hinten das Feld Ach, du heilige So Was wollen wir denn hier an Was bringt denn hier am meisten Mais Halbe Stunde Ja Tatsächlich Weil es kaufen 20 Ertrag 52 Ja Das ist ordentlich Das ist wirklich ordentlich Also Mais oder was Ja Ja Kartoffeln jetzt dazwischen Ach Ja, da sind noch einige nicht fertig Mann Das können wir keinen Tank basteln Aber da steht da einer Ja, ich habe einen geholt Ja Oh, well, perfect Ah Ah Ja 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 Bis zum nächsten Mal.